Das seit 30 Jahren bestehende, erfolgreiche Familienunternehmen Autorhaus M. Berger mit der Unternehmenszentrale in Baden ist nun auch Skoda-Handelspartner und feiert mit zahlreichen Gästen die Eröffnung eines neuen Skoda-Schauraums. Unser Ziel ist es immer, den besten Händler in der Region für die Nummer 2-Marke in Österreich zu gewinnen. Das ist uns mit der Firma Berger gelungen. Was mich besonders fasziniert an der Firma Berger ist, dass man als Kunde wahrgenommen wird, dass sie sich irrsinnig bemühen um einen. Die Firma Berger ist nicht mehr ein großer Arbeitgeber, sondern auch ein Lehrlingsausbildner. Wir haben gehört, über 200 Lehrlinge wurden ausgebildet und das wurde vom Land Niederösterreich gewürdigt, indem Manfred Berger vom Herrn Landeshauptmann ein Ehrenzeichen überreicht bekommen hat. 30 Jahre Firma Berger. Wir haben 1986 mit einem Betrieb in Frankirchen VW-Audi-Service-Werkstätte begonnen mit sieben Mitarbeitern. 1992 haben wir den Betrieb in Baden gestartet mit 17 Mitarbeitern. 2001 haben wir einen Betrieb in Berndorf gekauft mit 37 Mitarbeitern. Und derzeit haben wir Haupthändler für die Marken VW, Audi, Seat und Skoda und beschäftigen 160 Mitarbeiter. Und unser Betrieb geht bereits in die zweite Generation. Den führen jetzt in Zukunft meine Söhne Manfred und Bernhard. Unsere Firmenphilosophie der Firma Berger, es macht einfach aus an zufriedenen Kunden. Zufriedene Kunden erreichen wir nur durch motivierte Mitarbeiter und deswegen legen wir sehr, sehr stark Wert auf unsere Mitarbeiter. Das Motto lautet bei uns einfach Bewegung ist unser Erfolg und dementsprechend sind wir immer unter Bewegung, veränderungsbereit und zielstrebig. Nach den offiziellen Ansprachen der 30 Jahre im Berger Jubiläumsfeier führt ORF-Sportreporter Adi Niederkorn durch das bunte Programm. Der Auftritt von Musicalstar Maya Hackford sowie eine Zaubershow von Tricky Nicky sorgen dafür, dass sich alle Freunde, Kunden und ihren Gäste der großen Berger Familie sehr wohl fühlen. Ja, das Unternehmen Endpunkt Berger mit unseren drei Standorten in Frankirchen, Baden und Berndorf vertreiben die Marken VW, VW-Nutzfahrzeuge, Audi, Seat und seit kurzem auch Skoda. Wir haben hier in unserem Betrieb in Baden einen neuen Skoda-Schauraum eröffnet und freuen uns schon sehr darauf, unseren Kunden diese Modelle präsentieren zu dürfen. Der Höhepunkt des Abends ist natürlich die Enthüllung des neuen Kodiak, dem großen SUV der Marke Skoda und die Enthüllung der Neuauflage des Skoda-Bestsellers, des bereits weltweit fast 6 Millionen Mal verkauften Octavia. Der neue Skoda Octavia bringt neben der optischen Aufwertung, wie zum Beispiel Voll-LED-Scheinwerfer, auch andere ganz schmackhafte, interessantere Themen, wie zum Beispiel die Preisklasse, die ja beim Octavia bei unter 20.000 Euro anfängt. Der Skoda Kodiak ist der erste 7-sitzige SUV der Marke Skoda. Er bietet Familien zum Beispiel ausreichend Platz mit einer staatlichen Außenlänge von 4,70 Meter. Er beginnt preisklassentechnisch ab 25,96 Euro. Mehr Infos bekommen Sie gerne persönlich bei einer Probefahrt oder auch im Internet unter www.im-berger.at